Also ich habe mich für ProDG entschieden, weil es eine freie Bürgerliste ist und das Wegkommt von diesen Klischees von wegen links oder rechts. Und ich denke, dass das wirklich die beste Chance ist, um gute Leute, verschiedene Leute in einer gemeinsamen Liste zusammenzubringen und ein gutes Programm für die DG zu vertreten. Und dafür möchte ich mich gerne engagieren.